Ja, grüße euch ganz nett zusammen, hoffe euch geht's gut. Wir haben den 9.02.2020, 15.45 Uhr, nächster Trailer. Es wurden ja ein bisschen minimals die Eckregelsätze angehoben und die möchte ich euch jetzt gerade mal nochmal speziell für die Kinder vorstellen. Auch die Aufteilungen, so zwei, drei Sachen aus dem gegen-harz.de, wobei hier muss ich korrigieren, das müsste hier 13 sein, 0 bis 5 ist korrekt, 6 bis 13 und 13 bis 17 wäre. Da haben sie jetzt hier ein kleines Fehlerchen gemacht, spielt aber unterm Strich keine Rolle. Wer es dann im Hauptfilm schauen möchte, guckt es sich dann bitte an bei VK oder Bitschut, die Spauwegnews.tv anklicken, müssen sich dann halt diesen entsprechenden Link kopieren, in die Browserzeile einfügen. Und dann könnt ihr den Hauptfilm gucken und dann gehe ich jetzt wieder ans Werk und produziere den. Okay, tschüss.